Wunderschönen guten Abend. Wir beginnen das Adventsenprogramm mit einem bekannten Lied mit dem Ensemble. Es gibt den Titel Forstweide Schönstweide. Amen. Amen. Das nächste Stück, das Mangel spielen wird, gibt es eine Filmmusik. Und zwar ist das das Thema von Star Wars. Das ist das Thema von Star Wars. Das ist das Thema von Star Wars. 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 Amen. Amen. Es geht nun weiter mit dem Ensemble. Es ist eine Volksweise, sehr bekannt ist, dass da die Glocken nicht hängt. Vier, fünf, sechs. 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 Amen. Amen. Das Stück, das jetzt folgt, wieder von Luca im Spiel, ist eigentlich unter dem Titel Ihr Kinderlein kommt bekannt, aber Luca hat sich eine eigene Version dazu einfallen lassen. Ich fand sie so gut, dass ich die im Programm nicht ausschließen wollte. Das Stück, das war's. Ich fand sie so gut, dass ich die im Programm nicht ausschließen wollte. Ich fand sie so gut, dass ich die im Programm nicht ausschließen kann. Amen. 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 Applaus Amen. 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 Amen.